Elmar Wepper verstarb Ende Oktober 2023 im Alter von 79 Jahren ganz unerwartet. Laut mehreren Medienberichten, unter anderem der BILD, sei der deutsche Schauspieler umgekippt und an Herzversagen gestorben. Nicht nur seine Kollegen und Fans trauern, auch sein Bruder Fritz muss nun für immer Abschied nehmen. Die beiden hatten stets ein enges Verhältnis, beide waren in der Schauspielbranche tätig und standen auch gemeinsam vor der Kamera. Fritz Wepper trauert nun um seinen Bruder Elmar, hart trifft ihn der Verlust. Das berichtet der Schauspieler gegenüber der BILD. Dort meldet er sich zu Wort und spricht über seine Trauer. Mein einziger Trost ist, dass Elmar nicht leiden musste. Dennoch ist es für mich und die Familie untröstlich. Es ist schwer anzunehmen und momentan nicht in weitere Worte zu fassen. Dieser seelische Verlust ist durch nichts auszugleichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017